So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry Primal und wir sind natürlich da, wo wir aufgehört haben, denn es ist ja eine Aufnahmesession und wir gehen heute zu Roshani, dem kleinen, das ist kein Ausdruck für ihn so genau, bin mir nicht sicher, dem kleinen, also die Roshani Quest machen wir, wir gehen gar nicht eigentlich zu ihm, das ist ein Trick gewesen, eine Lüge, kann man fast sagen, so, komm her. Wir machen uns auf den Weg, da oben ist er. Dann holen wir uns das, was auch immer ich da machen muss, ich muss das Camp Burnen, genau das war's. Ich frage mich, ob das so easy ist, dass ich da halt einfach hingehe und mit den Pfeilen so reinschieße und dann alles brennt ab. Das nehme ich mal alles mit hier, wenn ich schon mal da bin. Und da gehen die Wölfe ab, aber wieder kein Stripe Wolf, oder? Ja, wieder kein Stripe Wolf, so wie saß. Da vorne auch nicht. Ich frage mich, ob die so selten sind oder ob da welche drin sind und ich die nur immer übersehe. Das müssten doch eigentlich auch Rear Sun und demnach müsste da ja so eine Spur hinter denen sein. Das ist ein Säbelzahntiger, ne? Ja, mit dem habe ich eigentlich hier kein Business mehr. Also der, keine Ahnung, ich brauche den Skin halt nicht mehr, denke ich. 100%ig safe kann man das eh nicht sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher eigentlich. So, jetzt sind wir schon da. The Blaze. Blaze it, boys. Kann ich da nicht dreinheitlich hingehen und Eule holen und Firebombs en masse droppen? Da oben treibt sich einer rum, da treiben sich einige rum. Holy shit, das ist ziemlich voll. Die Besetzung steht. Will ich das? Ich will das eigentlich einfach so abbrennen. Jetzt gibt es anscheinend keinen Horn-Typen. Jetzt verliere ich Villager, das ist nicht gut. Deine ist noch mehr oder? Ja. Die töten die Villager, das ist nicht so egal. Gehen die eigentlich schon auf mich los gerade? Ne. Überhaupt nicht. Gehen die Aber kann ich nicht jetzt rein theoretisch hingehen und einfach wieder mehr von den Firebombs craft und weitermachen, wo ich aufgehört habe. Aber ich habe keine Claypots mehr. Das ist nicht so geil. Nebenhin habe ich aber irrsinnig viele in meiner Base glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich überrunde die jetzt einfach. Weil die folgen mir nur dorthin, wo sie mich gesehen haben. Und das ist definitiv nicht hier. Dann hole ich wieder die Eule. Die kann dann mal kurz auch die hier kalt machen dann noch. Jetzt sehe ich fast nichts mehr. Was muss ich jetzt noch abbrennen? Das ist ja alles abgefackelt. Nur die Felder hinten eigentlich oder? Droppenbar die Bombs. Sonst haben wir ja hier nichts mehr oder? Was soll denn da noch abfackeln? Ich sehe sonst nichts mehr eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Oder kann ich eigentlich mal den hier machen? Ich glaube der stirbt nämlich auch durch Steam Bombs. So, den hat's auch erwischt. Dann hole ich mir noch den. Dann haben wir noch einen Gegner. Warte mal, da ist wieder mehr. Wow. Das sind wieder mehr. Okay. Was ich jetzt nicht so ganz checke. Was muss ich jetzt anzünden? Ich meine, ich habe jetzt noch die Fire Bombs. Das ist aber nicht das, was ich anzünden muss. Das habe ich doch schon angezündet. Jetzt kommen da noch so viele Gegner. Ne, das war nicht richtig. Es muss noch andere Sachen geben, die ich anzünden muss. Aber was denn? Ich check nicht was. Was? Das hier, oder? Ah, ich weiß schon. Ich muss immer diese Heu-Ding anzünden. Die hier. Was ist das, was dir gefehlt hat? So. Genau, jetzt fackelt der Scheiß nämlich runter. Jetzt kann ich kurz noch mal checken, ob ich das sonst noch irgendwo vergessen habe. Ja, hier noch. Guck, da sind noch zwei von denen. Diese kleinen, die muss ich nämlich abrennen. Nichts fällt. An sich. So. Und das reicht jetzt. Das ist es. Wenn das alles runtergebrannt ist, dann haben wir es. Ja? Habe ich recht, Tiger, oder habe ich recht? Ja, ich habe recht, ne? Natürlich habe ich recht. Muss richtig sein. Haben wir noch irgendwo was übersehen? Das hier, ne? Und hier ist auch noch was. Auch noch so ein Feld. Ich dachte, dass das mit den Firebombs reicht, aber das ist halt nicht so. Jetzt aber. The Blaze. Awesome! Ist mal was. Okay, dann check ich noch mal ganz kurz die Lage, ob hier noch irgendwo... Da ist sicher nämlich noch irgendwo was. Ja, genau. Hier drin alleine schon. Die Avenger habe ich jetzt leider dann verloren, ne? Habe ich die gegrillt, oder? Was ist da genau passiert? Ich glaube schon irgendwie. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Das war nicht meine Absicht so eigentlich. Jetzt kann ich dann... Zurück. Ne, die Kräste muss ich nicht mal abgeben, ne? So wie es aussieht. Okay. Dann checken wir nach Rhinos. Die sind angeblich immer noch da, wo sie letztes Mal waren. Ich muss halt am besten mal dort schauen, wo halt... Wo ich halt noch nicht war. Weil dort, wo ich schon war... Ich glaube nicht, dass sich das dann verändert hat, dass das jetzt auf einmal andere Rhinos sind. Oder halt mehr Rhinos. Oder whatever. Wisst ihr schon, was ich meine? Dann... Tang Tang. Yang Tang Tang. So. Die sind hier im Wasser. Angeblich. Ich glaube es nicht, aber... Angeblich sind die hier im Wasser. Ich glaube hier im Wasser sind nur Alligatoren. Und dass die hier hinten irgendwo an Land rum durchkennen. Ja, da sind sie. Aber das sind schlichtweg alles wieder nur normal. Ich meine, ich kann sie ja mal alle umbringen. Loll Leute, wie schnell die werden. Wenn die pisst sind. So, skinnen wir natürlich. Habe ich meine Sperre wieder? Einen habe ich verworfen, das weiß ich. So. Ich frag mich halt, ob sich das was bringt, wenn ich die halt umbringe. Die laufen sowieso erstmal 10 Tage weg. So. Ist der auch down? Ist es euer Ernst jetzt gerade? Wollt ihr euch jetzt Ernst auch gerade mit mir anlegen? Why? Was mache ich denn? Ich töte hier nur Rhinos. Lasst mich in Frieden. Pfui. Böse. Ne du, ich hab keinen Bock auf die Scheiße, wenn das jetzt so losgeht. Pass mal auf. So, also hier sind keine gewesen. Schauen wir weiter. Die habe ich auch schon abgeklappert gehabt. Die auch. Die auch. Da oben wäre noch welche, aber da kann ich nicht hin fast travelen. Da sind gar keine. Hier sind auch nirgends welche. Hier auch nicht, hier auch nicht. Dann ist das unten das letzte. Last Resort kann man sagen. Gut, dann probieren wir es jetzt da unten hin. Wenn die dort jetzt kein Rare Reno ist, dann kann ich leider nichts machen. Dann kann ich da seine Bude noch nicht ausbauen. Dann ist das wieder ein Ding für den Livestream, so wie es aussieht. Ich markier es mir direkt mal. Was machst du da jetzt? Komm her. Got no time to lose. Sollten uns beeilen. Ich habe ja keine Creepots genommen. Da war ja was. So, wie gehen wir da am besten runter? Es ist immer so nervig, wenn man auf so einen erhöhten... Guck mal runter da jetzt, komm. Ich steige extra ab und rutsche da selbst runter, damit du dir den Stress nicht machen musst, Tiger. Ich weiß, dass du eine ziemliche Höhenangst hast. Ich nicht. Wo kommt der Pfeil her? Aber alles klar. Ist halt mal ein Pfeil da. Komm jetzt ran. Der lässt mich jetzt halt alleine laufen. Ich soll mal Ruhe geben da unten. Ich bin hier gerade am... Wichtige Sachen erledigen. You know? Das ist jetzt noch voll der lange Weg. Komm her, Tiger. Wir reiten. Dann dauert das nicht mehr so lange. Dann schaffen wir das gleich. Kurz und schmerzlos. Einfach hin und passt. Erledigt. Verstehst du? Einfach so. Ich wette, es gibt doch einfach irgendwo... Der kassiert der Tiger. Steigen wir nochmal kurz ab. Ich wette, es gibt doch einfach irgendwo so ne... So ein... Säckchen eben. Wo diese Skin... Hör auf wegzulaufen. So ein Säckchen, wo diese Skins drin sind. Ähm... Die halt überall hängen. Also... Sowas zum Beispiel, ne? Da gibt es nämlich welche, die halt äußerst versteckt sind. Ich sag mal... Äh... Sowas zum Beispiel, ja? Die manchen von denen sind gute Sachen. Also richtig gute Sachen. Guck was dem fehlt, damit ich ihn nochmal heilen muss. Ähm... Zum Beispiel habe ich da einen... Ich habe zwei Rare Skins drin gefunden. Das habe ich eh schon mal erzählt. Im Stream letztens. Also, das ist letztens. Das ist heute für mich immer noch. Und für euch ist es halt schon vier Tage her oder so. Apropos Streams. Es wird, äh... Säckchen tamable. Mann. Okay. Ähm... Ja, und da habe ich halt... Diesen Bitefish Skin und noch was anderes gefunden. Das ist halt schon krass. Das wäre halt auch nice, wenn ich das... Irgendwie für... Den Rhino Skin finden würde. Ich meine, das gibt es eh sicher irgendwo. Aber... Habe es halt noch nicht gefunden, ne? Gut, da hänge ich jetzt mal fest. So, wo sind sie? Da sind sie. Das sind drei stinknormale Rhinos. Komm, ich töte die jetzt alle. Ich weiß nicht, was da passiert, wenn ich die alle umbringe. Ob da neue spawnen? Das ist mir echt ein Rätsel. Ich wüsste es gerne. Muss ich echt heilen? Weil du dich kurz mit dem Vieh angelegt hast. Das ist zwar eine Pussy Tiger. Da ist jetzt gerade nix. Hier ist so ein Säckchen. Brown Bierskin. Ja gut, brauche ich nicht wirklich. Da vorne sind die anderen beiden. Das sind sogar drei. Schafft mein Tiger das eh? Ich denke schon, ne? So, lass du mich mal das hier in Ruhe looten. Was ist denn los? So, mein Pack ist jetzt sogar voll von denen. So viel habe ich jetzt schon umgebracht von denen. Das ist heftig. Kann man schon mal sagen. So, und hier dürfte jetzt auch keiner mehr sein. So wie ich das sehe. Tiger, wo bist du? Tiger. Ich kann ihn raten, obwohl ich ihn nicht sehe. Okay, ist gut. So, und ich laufe jetzt hier nochmal ganz kurz rum. Und schaue, ob ich hier vielleicht noch einen Rhinos sehe. Wenn nicht, dann sind die alle weg. Und dass die alle weg sind, ändert nichts daran. Neue kommen oder was auch immer, ne? Doch, guck, das sind echt neue. Das könnte sogar tatsächlich bedeuten, dass wenn ich die umbringe, dass immer wieder neue kommen, dann ist irgendwann ein Seltenes dabei. Jetzt muss ich aber auch gar nicht mehr skinnen, ne? Doch direkt down. Wo waren noch welche? Ich glaube hier drüben, oder? Das ist auch wieder kein Seltenes. Mein Speer hätte ich schon noch gerne wieder. Vor allem, weil ich gerade kein Hardwood habe, um mir neue zu machen. Und deswegen brauche ich die unbedingt wieder eigentlich. Ist da noch irgendwo ein Stecken oder so? Ne, ne? Vorne ist noch eins. Den anderen sperre ich auch gerne. Dankeschön. So. Erneut alle tot. Frage. Sind jetzt wieder neue da? Das ist jetzt das, was offen bleibt. Was wir in Erfahrung bringen müssten. Das ist ein Cave Lion. Aber Rino ist hier. Säbel Santigan, ne? Kriegen wir auch mal rum? Komm. So lange ich meine Sperre wieder bekomme, ist mir das eigentlich egal. Mal. Aber, ums Verrecken, kein einziges seltenes Reno. Also ich habe im Livestream... Ah, guck jetzt. Sind die aber wieder da. Ja, geh mal weg. Ich kann da theoretisch die ganze Zeit dasselbe Spiele spielen und die einfach so lange umbringen, bis halt ein Seltenes dabei ist. Wenn das überhaupt irgendwann mal der Fall sein wird. So, ich habe meine fünf Sperre wieder. Geh mal weg. Geh mal weg. Was? Was? Weg, habe ich gesagt. Geh mir aus dem Licht. Ich brauch drei Sperre, wenn der erste ein Headshot ist. Jetzt fehlt mir einer. Ah, geht doch. Danke. Geh mir wieder einer. Leiser. Ja. Dann laufen wir kurz hinterher, so wie es aussieht. Oh, das war nicht gut. Wo ist der andere Speer hingeflogen? Ich habe einen daneben geworfen. Leiser. Oder? Ne, das ist Blut. Nein, das habe ich einen später daneben geworfen. Das ist wieder ein Säbelzandtiger. Jetzt muss ich wieder hier weglaufen, dann kommt wieder ein neues Reno, oder? Wenn ich wieder komme. So die Theorie zumindest. Ey, das macht mich fertig. Ich will das unbedingt haben. Ich scheine kein Glück zu haben. Da ist Bambi und Co. So, drehen wir die Runde nochmal drum herum. Jetzt sollten die neue da sein. Wenn es diesmal nichts ist, dann gebe ich es auf. Ganz ehrlich. Wird mir langsam auch zu dumm. Ich bin hier keine Rhinozeros-Farm. Es sind gar keine da. Oh, hi. Da ist noch eines deswegen. Vermutlich. Ich kann jetzt kurz meinen Tiger mal füttern, dann sollten noch mal neue da sein. Weil das war noch eins von der alten Ladung. Ich glaube deswegen waren noch keine neuen da. Weil das eben noch eins von den alten war. Ey Leute, ich sag's euch. Das ist stressig. Stressig. Muss man sagen. Ist nicht ohne. Alligator chillt da auch im Wasser rum. So. Checken wir es jetzt nochmal ab. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass da... Das ist die seltensten Fische auf dem Planeten oder was. Das sind wir drei stinknormale. Hier drüben irgendwo noch eins. Nein, oder? Die sind da zu dritt. Und da vorne ist ein einzelnes. Wo ist das hin jetzt? Das war ja doch gerade noch. Ich schwöre dich. Ich hab das doch gerade hier gesehen. Wo war denn das? Jetzt im Ernst? Wo ist das hin? Ne, aber wenn ein Rare dabei ist, müsste ich doch eigentlich sofort 10, weil das ja die Spur hinterlässt. Gerade mal schlau überlegt. Das sind auf jeden Fall alles keine. Ne, bevor mich das jetzt noch trauriger macht. Ich gebe jetzt noch eine letzte Chance darauf, dass hier jetzt eins ist. Eine allerletzte Chance. Die Folge besteht 1-10 Minuten daraus, dass ich die ganze Zeit Rhinos suche. Und dann... Nix mehr. Aus. Aber es ist mir egal. So, jetzt muss ich das natürlich richtig markieren. Darunter muss ich... Gehst du da hin? Bist du glücklich? Mir geht das langsam auf den Piest, dass da immer Säbelzahntiger oder so einen Scheiß rumlaufen. Muss ich ehrlich sagen. Ich meine, hier lass mich hier... Lass du mich hier vorbei? Hallo? Alter. Holy shit. Okay. Ja, dann... Aber der war failed die Mission halt. Ich dachte, die kann ich vielleicht auch später machen. Da unten sind die ja nicht, ne? Der Tiger hängt... Der bleibt überall hängen. Das Vieh, Alter. Die müssen dann halt safe auf dem anderen Ufer sein. Weil das Homos sind. Versteht ihr? Das war nicht mal ein sexistischer Witz, also nagel mich nicht drauf fest, okay? Das war einfach dieser Wortspiel jetzt. Der musste sein. Das ist ein Tarpius. Da ist eins! Da schau mal her. Da treiben die sich also rum. Auf dieser Seite des Baches. Das sind Wölfe. Okay. Als ob da jetzt nur ein so dummes Fieber. Das ist auch wieder ein normales. Ne, ganz ehrlich, mir reicht es halt jetzt. Meine Geduld... Mein Geduldsfaden, der ist lang, ja? Der kann sich dehnen. Strecken. Kein Problem. Aber irgendwann ist Schluss. Und das ist dieser Zeitpunkt. Und damit würde ich sagen, das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein. Ciao. Ciao. Ciao.